Glauben Sie, dass heute eine Karriere im digitalen Marketing ohne IT-Kenntnisse noch möglich ist? Wir haben Studien vorliegen, dass in 90 Prozent aller Marketingjobs IT-Kenntnisse gefragt sind. Deswegen haben wir das MSC-Studium Digitale Kommunikation und Marketing entwickelt, bei dem Sie im ersten Studienjahr die relevanten IT-Vorkenntnisse erwerben. Im zweiten Studienjahr bekommen Sie dann die Vertiefungen im digitalen Marketing vermittelt. Das bedeutet, dass Sie dieses Studium auch ohne IT-Vorwissen bestreiten können. Speziell der hohe Fernlernanteil im ersten Studienjahr bietet Ihnen höchstmögliche Flexibilität. Sie befassen sich mit marketingrelevanten IT-Inhalten in Online-Modulen von Springer Campus. Die Springer Campus Materialien unterstützen Sie dabei, sich IT-Kompetenzen bestmöglich berufsbegleitend anzueignen. Wir bieten hochwertige modulare Online-Inhalte, geschrieben von Fachexpertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft. Und für Situationen, in denen Sie lieber offline lernen, erhalten Sie die Modulinhalte zusätzlich als Buch oder Skript. Die Online-Module sind rund um die Uhr für Sie verfügbar und werden von einem menschlichen Tutor betreut, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Jedes Modul ist in kompakte Lerneinheiten strukturiert. Sogenannte Wissensbausteine, die sich ideal in Ihren Tagesablauf integrieren lassen. Diese On-Demand-Struktur und unser erfahrenes Personal unterstützen Sie beim Ausbau Ihrer Fachkompetenzen. Wenn Ihr Interesse nun geweckt ist, finden Sie auf unserer Website weitere Informationen und auch einen Chatbot, der Ihre Fragen jederzeit beantwortet. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.